Voll krass! Neuer Bass! Hallo zusammen, mein Name ist Peter von PeterDartProject. Ich stelle euch heute meinen neuen Sun Bear California TM4 Bass vor. Musik Man kann ja nie genug getan haben. Dachte ich mir auch, das ist nur meine zehnte. Meine Frau hat mich angezählt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wie dieser Typ am Foto ende. Warum Sandberg? Ein Bassist aus meiner Heimatstadt, der schon seit vielen Jahren nach Deutschland ausgewandert ist. Sein Name ist Umbo, hat eine eigene Serie bei Sandberg. Der Sandberg Umbo. Diesen habe ich mir vor Jahren gecheckt und ich bin sehr zufrieden damit. Ich war aber auf der Suche nach einer Backup Gitarre. Einer zweiten Gitarre, die vom Look & Feel ähnlich ist wie diese. Die aber vielleicht ein Tick moderner ist. Deshalb California TM4. Ich stelle euch nun die Einstellungsmöglichkeiten dieser Gitarre vor. Ich möchte nochmal betonen, ich habe keinerlei Presets und Effekte zusätzlich verwendet. Das ist der pure Sound, der aus dieser Gitarre hier herauskommt, wenn ihr die Soundbeispiele hört. Sandberg California TM4 ist der volle Name. Den Konfigurationscode für dieses Modell findet ihr in der Videobeschreibung. Die Firma Sandberg gibt es seit dem Jahre 1986 und diese Gitarre wurde in Deutschland gefertigt. Sämtliche Hardware besteht aus Nickel. Diese wurde speziell behandelt, um einen Alterungseffekt zu erzeugen. Man nennt diese Hardware daher Nickel Aged, also Nickel gealtert. Auch das Finish der Gitarre zeigt starke Gebrauchsspuren. Natürlich ist dieser Effekt gewollt. Man nennt diese Modifikation Hardcore Aged. Die Farbe des Korpus nennt sich Cream und bildet einen guten Kontrast zum schwarzen Pickguard. Das dunkle Fingerboard ist das Ebenholz und auch da wieder der gute Kontrast zu den weißen Block-Inlays. Es sind zwei Tonabnehmer von der Firma Delano verbaut. Ein Humbucker und ein Single Coil Abnehmer. Für die Lautstärke und Klangregelung gibt es viele Möglichkeiten. Wer die eingebaute aktive Elektronik ausschalten will, der zieht den Lautstärkenknopf einfach nach oben und geht somit in den Passivmodus über. Das kann auch hilfreich sein, wenn die 9 Volt Block Batterie seinen Geist aufgibt, der Gig aber noch fertig gespielt werden muss. Das Instrument funktioniert im Passivmodus auch ohne Batterie. Der Balance Regler. In der Mittelstellung sind beide Tonabnehmer gleich laut. In Richtung eines Pickups gedreht, verändert sich das Verhältnis zugunsten des ausgewählten Tonabnehmers. Mit dem Treble Regler kann man die Höhen auf- und abdrehen. Im Uhrzeigersinn mehr Höhen und gegen den Uhrzeigersinn weniger Höhen. Dieser Regler funktioniert auch im passiven Modus. Der Tonabnehmer Split-Scheider macht aus dem Hambacker einen Single-Coil-Tonabnehmer. Nach vorne ist Single-Coil-Betrieb. Nach hinten ist normaler Hambacker-Betrieb. Ich verwende meistens den Hambacker-Betrieb, da er mehr Ausgangsbegel erzeugt. Der Bassregler. Im Uhrzeigersinn gedreht, mehr Bass, gegen den Uhrzeigersinn weniger Bass. Mit den vier Imbusschrauben an den Böckchen der Seitenauflage kann die Seitenlage, der Seitenabstand untereinander und die Buntreinheit eingestellt werden. Wie man das genau macht, zeige ich euch in einem eigenen Video. Meiner Meinung nach sollte jeder Bassist seine Gitarre auf seine Bedürfnisse selber einstellen können. Das Halsprofil hat eine C-Form und liegt für meinen Geschmack besonders gut in der Hand. Der Hals ist wie bei einem 5-Seiter-Modell 35 Zoll lang und wurde durch 6 Schrauben mit dem Korpus verschraubt. Die Klinkenbuchse. Bitte darauf achten, das Kabel richtig einzustecken. Es muss zweimal Klick machen, damit der aktive Modus aktiviert werden kann. Mein Fazit. Der Sandberg California TM4 ist mit seinen 3 kg nicht sonderlich schwer. Sehr rückenschonend. Trotzdem sehr geiler Sound. Gutes Sustain. Gefällt mir. Ich finde es gut, dass Sandberg auch für 4-Seiter-Bässe eine 35 Zoll lange Mesur anbietet. Ich spiele ein C-Tuning. Das ist ein Drop-Tuning. Und konnte somit für mich das optimale Setup ohne seitenschnarren, tonstabil, mit gutem Seitenabstand einstellen und hinbekommen. Ich habe ja viele Möglichkeiten den Sound einzustellen. Equalizer, aktive, passive Elektronik, mehr oder weniger Hambacker. Damit sollten keine Wünsche offen bleiben. Ich kann damit einen knackigen, coolen, geilen, erdigen Sound für meine Produktionen in Kombination mit meinen Presets einstellen, die ich euch auch nochmal in einem separaten Video zeigen werde. Ich finde auch das Finish dieses Buzzs ist sehr gelungen. Dieser gebrauchte Look spricht mich an und ich muss mich nicht ärgern, wenn ich live eine oder andere Kerme mit dazu bekomme. Da ich auf der Bühne ziemlich steil gehe, brauche ich spezielle Urthalterungen. Ich habe hier Security Logs nachgerüstet. Die gibt es von der Firma Sandwerk auch im Custom Shop leider nicht. Gig Bag. Dieser Buzz wird im Gig Bag ausgeliefert. Gefällt mir gar nicht. Hochwertige Instrumente sollen meiner Meinung nach in Cases herumgetragen werden. Ich stelle euch im nächsten Video vor, was ihr als Bassist so alles braucht, um on the road top einsatzfähig zu sein. Darunter auch ein richtiges Case. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier seht, abonniert unseren Kanal, teilt unsere Videos, lasst ein paar Kommentare unten stehen. Vielen Dank. Keep it real. Rockin' and rollin', baby.